so weiter geht's mit ich hab hier wieder gegner oder da ist einer der ist auch weg wir sind hier gerade so übel sind hinterhalt reingeraten gefällt mir gar nicht überhaupt nicht ich habe ich hätte schön alles weggekliert nein wir haben natürlich nicht alles weggekliert wir müssen noch gegner ohne ende killen aber aber das ist schmerzhaft das ist nicht gut da liegt sie niederkolleg da war doch ein panzer fahrzeug ich dachte mir das hätte ich geholt da müssen wir die überhaupt machen nein eigentlich müssen wir die gar nicht machen wir müssen eigentlich komplett in die andere richtung jetzt verpisse ich mich hier einfach mal aus der ecke da wird es eh uninteressant ist warum mein leben ohne dich riskieren für ein paar gegner wobei die vielleicht sogar naja ich weiß nicht ob sie so klug sind hinterher gehen ich bin ich ein fan davon schön aufzuräumen hier aber dann gehen wir jetzt was machen wir denn überhaupt jetzt dokumente finden noch zwei brauchen wir wir müssen dokumente finden trotzdem müssen wir eigentlich alles haben die zwei dokumente brauchen wir noch weil ich übernehme kurz die leiche mit hier gibt es nichts mehr zu finden ja wunderbar sollen unsere blauen freunde die paar jungs da noch holen wenn ich ehrlich bin wie gesagt wofür dann ohne dichter sich reindrücken ich hab ja oh Mist wir eigentlich alles gecleared haben aber nicht dass es hier noch ein paar überraschungen gibt na sag ich doch einer zumindest mal aber ich vermute dass es nicht nur einer ist oh wenn der zurückkehr ist hoch natürlich klar wenn ich renne oh das sind einige jetzt haben wir eine möglichkeit mal einen überblick zu schaffen wie viel wir haben 2 4 ich sehe gerade mal spontan 8 ich sehe spontan mal 8 kein geräusch nichts passiert er ist natürlich alarmiert jetzt gerade ui äh das sind einige wie viel haben wir denn hier überhaupt ich weiß ja irgendwas sieht mich oh äh Entschuldigung ich wollte dich eigentlich mal eben kurz ich nehm dich ja kurz mal eben mit fuck wir müssen wahrscheinlich genug kriegen dann müssen die ganzen gegner wahrscheinlich auch alle kl- kl- klieren Headshot weil jetzt natürlich alle wissen dass wir hier sind jetzt überhinde diese kiste hier ja der weiß dass wir da sind okay wo ist er 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 hingegangen mal erst mal guckulig oh oh ja mal kurz ja fuck jetzt steht auch einer auf der Treppe mit mir der ist jetzt auch weg so gut vermutlich sind noch mehr gegner unterwegs okay das zucker ding ist down warte mal wo muss ich denn hier überhaupt hin weil sie wissen wo ich bin ungefähr dass ich hier runter bin wo bin ich hier das frage ich mich auch gerade ist halt irgendwas brauchbares hier oben das ist brauchbar sauber wir haben noch ein Dokument ein Dokument und ein Haufen Gegner so ich glaube das müssen wir jetzt haben und müssen wir jetzt eigentlich nur noch ja doch ein Dokument holen und dann holen wir uns in elf chefe oder ne müssen wir noch Dings holen hä Waffen zerstören ok einmal noch Waffen zerstören also ein Dokument einmal Waffen zerstören einmal Gegner und einmal Chef holen ok dann haben wir noch nochmal haben wir noch drei Ziele so sehr lange Mission muss ich sagen das muss ich sagen das ist eine scheiß lange Mission hätte ich nicht gedacht dass die so ewig aufhält gut aber ich hoffe es lohnt sich ach da oben hängen Säule fuck die hängt alle da oben auf einer auf einer Linie ja gehen wir nicht auf den Sack alter Munition knapp das heißt ich muss gleich auf jeden Fall aufs Ding zu bestellen das ist natürlich jetzt gerade blöd dass die jetzt alle schön auf der da oben einmal mit der Waffe im Anschlag hängen wenn ich ehrlich bin ich brauche nämlich Waffen ich brauche Munition hier gehen jetzt alle schön mit der Waffe mit dem Dings in Anschlag drauf ich muss jetzt alle so schnell wie möglich da oben wegkriegen ja und am besten überlebt ihr noch dabei super super schätze ich habe alles eingesammelt dann setze ich mich jetzt da mal durch wenn ihr alle schön mit der Waffe da oben im Anschlag steht oh hallo mein Freund nehmen wir dich mal mit haaa ja ist gut verdammt hab ich auf den einen fixiert und dann kommt der zweite hinterhergelaufen also das ist so fuck fuck alles sich einfach gerade hier so ja alles mit ich sehe gerade drei sieben dann nur Fünferkette sind zwölf müssen doch 13 Gegner sein wenn ich jetzt alles richtig sehe so ich habe noch 21 Kugeln ja und über den Fall überlebst du das ganze Ding und jetzt kriegst du die zweite noch hinterher um es dauern noch zwölf noch zwölf ja kommt her alle her kommen den hat es auf jeden Fall erledigt ei 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 der mag auch mich mag ich gerne so dann müsste es jetzt noch elf sein noch zehn boah alter na gut es geht auf den Boss zu so den habe ich mir glaube ich noch mitgenommen gerade ne habe ich nicht scheiße Doppelkill jawoll die wissen alle natürlich dass wir hier sind oh verdammt das ist natürlich nicht gut und ich werfe eine scheißgranate selber noch hin oh man ich habe mir noch eine scheißgranate selber an die Backe geworfen so dann muss ich mich heilen wie flammer denn überhaupt noch ein Gegner zu nebenbei es sind noch so viele Gegner ne na gut dann weiter so sie so sie se so Na komm, zipp mir dein Köpfchen. So, wieder einer weniger. Oh, noch einer. Ein Augenschuss. Sehr gut. Da, der hab ich tatsächlich nie gewischt. So, wo ist denn der? Der ist dahinter, ne? Ja, da kommt er wieder raus. Jetzt hab ich die. Mein Gott. Das ist immer gut. Jetzt wissen die, dass wir hier sind. Von daher ist mir das so herzlich egal, ob die wissen, wo meine Dekko ist. Aber wir haben schon guten Haufen dezimiert. Was ist denn? Jawohl. Durch das Fass durch. Jawohl. Der zweite, der nächste auch weg. Und der auch weg. So, wie viel haben wir denn noch jetzt? Wenn ich sehe, sind es noch sechs. Leute, war die Kacke. Und ich hab noch einen Schuss. Geil. Sechs Gegner und einen Schuss noch. Das ist auch. Nein, ich hab sie verzogen. Jetzt hab ich ihn. Mit der nächsten Waffe noch. Ah, willst du mir den Rücken fangen, Kollege? Oder willst du oben rumkommen? Sie ahnen wohl, wo ich bin. Oder er weiß, wo ich bin. Jetzt ist er down. Ja, zumindest wieder etwas. Ja, ist mir schon klar, aber so viele Gegner sind es auch nicht mehr. Sehe ich noch vier oder fünf? Habt ihr euch zurückgezogen? Okay. Das ist für mich einfacher. Komm, gib mir bitte ein bisschen Munition für die... Jawohl, jetzt minus zwei Kugeln. Immerhin. Etwas. Naja, gib mir schöne P-Munition. Die brauche ich aber momentan nicht. Komm, gib mir. Jetzt hab ich wieder neun. Sehr schön. Uh, da kann ich mal durchsuchen. Vielleicht find ich ja was. Ja, wunderbar. Munition, Munition. So. Definitiv wird das sehr nützlich sein. So. Und jetzt können wir uns ein bisschen vorarbeiten. Die Frage ist, wie weit... Wie weit lassen die uns vorlaufen? Und ich glaube, den letzten Teil, dann erfahren wir dann in der nächsten Folge, bei St. Aperlite 4 und dann... holen wir uns, glaube ich, den letzten Rest. Bis dahin und auf Wiedersehen. Entschuldigung.